Oh man, das ist so fies, wenn man, wenn man das so laut auf den Kopfhörern hört und es wirklich so klingt, als würden sie jede Sekunde aus den, aha, Lava, viel Lava, oh obsidiert, das ist doch mal eine sensationelle Grundvoraussetzung. Sollte ich, oh, ah, nichts, jetzt sollte ich nur vielleicht nicht sterben und dann kann ich diese Grund, äh, Grundvoraussetzung auch nutzen, Lapis Lazuli habe ich da gesehen, erstmal eine Rückzugsmöglichkeit und vielleicht hier mit ein paar Fackeln ausschmücken, hier geht's hoch, ole, ah, Spinne, mach mich nicht, Närisch, oh mein Gott, hey, ah, Oh man, das ist sich wertverrückt, ja, aber ich nehme jetzt mal schnell den Lapis Lazuli mit, weil der hat einen ziemlich hohen Wert, äh, einen ziemlich hohen Itemwert, sag ich mal, einen ziemlich hohen Energielevel, wie Äquivalent Exchange, äh, vielleicht sagen würde, weiß ich nicht genau, äh, Es ist jedenfalls irgendeine Art von Energie, in die alles immer konvertiert werden kann, aus dem ihr dann auch alles wieder zurückkonvertieren könnt, es ist halt alles irgendwie äquivalent, tau, oh mein Gott, und deswegen sollte man nie den Block unter sich wegbuddeln, genau deswegen, Kinder, oh, Oh, don't try this at home, ah, und natürlich die Großen auch, auch nicht nachmachen, immer schön nie nach unten buddeln, nie straight nach unten buddeln, ihr habt's gesehen, was da passieren kann, oh mein Gott, ah, Oh, diese verdammte Spinne, ich hab nur die Lava gesehen, und dann fiel was auf mich drauf, und das war die ganze Zeit meine Befürchtung, dass ich, dass ich vor irgendeiner Lava stehe, und dann irgendwas auf mich drauf fällt, und ich dann sterbe, aber ich bin nicht gestorben, ich bin nicht gestorben, Warum ist das viel Kupfer, yay, die Kabelproduktion freut sich, das ist dann nämlich höchstwahrscheinlich direkt und unverzüglich Schritt, oh, oh, Zombie, er läuft auf Dreck, ich hör's genau, Ah, okay, ähm, so, wo war ich, ja genau, Schritt 2, äh, Industrial Craft, äh, wieder wird das, oder was heißt wieder, wird das dann etwas mehr sein, wahrscheinlich die nächste Folge, dann sollte ich hoffentlich auch so weit gekommen sein das sieht ja an sich schon jetzt nicht so verkehrt aus würde ich sagen viel ist nicht mehr zu tun jetzt für die grundschritte beim equivalent exchange und dann geht es los beim industrial craft die ersten stromlieferanten bauen sozusagen um die ersten einfachen grundmaschinen betreiben zu können genau und das erste was dann angestrebt wird ist dann nämlich der sogenannte ich spreche es richtig aus maserator das ist eine maschine mit der könnt ihr eure erze malen zu feinstem ja erz staub sozusagen und aus einem erz kommen dann sozusagen zweimal staub raus was bedeutet dass ihr eure erz ausbeute verdoppeln könnt damit kling da ist die spitzhacke kaputt aber das macht mir doch überhaupt nichts ab jetzt wird eh alles besser ab jetzt arbeite ich mit iron tools sehr schön ja ich bin schon sehr gespannt ich denke wie gesagt nächste woche nächste woche genau nächste folge werde ich schaffen mit dem maserator meine erz ausbeute direkt verdoppeln zu können was natürlich extrem hervorragend ist für den voran für das vorankommen für den fortschritt mir gefällt das hier gar nicht muss das mal zu machen da kommt doch irgendwas durchs wasser irgendwo hätte ich dich zu erkennen du kröscher auch ich erschrecke mich doch immer so ich wollte ich ich war wirklich ein überlegen g ich spiele gerade diese monts weil ich auch so viel baue und dann immer so viel kaputt gehen kann auch spiele ich so eine Mods generell immer ganz gerne, dann so auf Peaceful, ganz harmlos, einfach nur vor mich hin sammeln und, äh, oh, da ist doch irgendwas im Wasser. Ja, einfach vor mich hin sammeln, vor mich hin tüfteln, vor mich hin bauen, aber dann dachte ich mir, nein, nein, Dera, so ein Let's Play, das lebt natürlich auch von Action, nicht, und deswegen muss man davon ja auch was bieten und ich in Verbindung mit Gegnern, also für mich ist es auf jeden Fall ausreichend, der Action. Oh man, oh, das ist schön, hier geht's ein bisschen gerader nach unten, aber ich finde, ich hatte verhältnismäßig wenig Feindkontakt bisher. Oh, jetzt habe ich natürlich das Eisen oben gelassen. Das ist natürlich dumm, weil ich genau noch einen Barren über hatte, was ganz schön gewesen wäre, da ich diesen einen Barren für den nächsten Staub bräuchte, zusammen mit dem Redstone, aber, uh, dö, dö, willkommen im Atomzeitalter. Ja, yay, ich habe gerade den ersten Block Uranerz eingesammelt. Ist das nicht toll? Ab jetzt stehen mir alle Möglichkeiten, meine, mit Minecraftier Bewohner inklusive mir auf alle Ewigkeit in den Abgrund zu stürzen. Ist das nicht beruhigend zu wissen? Natürlich nicht. Aber früher oder später wird es mit Industrial Craft dann einen Atomreaktor geben, um die riesigen Energiehunger der monströsen Maschinen und Konstruktionen von Industrial Craft zu füttern. Oder so. Ich hoffe, das war jetzt nicht zu übertrieben ausgedrückt. Oder so. Ich hoffe, ich finde mich vor allem, ich hoffe, ich finde mich zurück. Ja. Ah, nein, nein, das ist eine ganz dumme Stelle. Das ist echt eine ganz dumme Stelle für so ein Spielchen. Nein, nein, nein. Oh, komm. Oh, nee. Echt, echt ganz, ganz dumm. Ganz dumm. Oh, nein. Komm, 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 komm. Nein, 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 nein. Nein, so nicht, Freundchen. So nicht, so nicht. Na, der ist... Das ist alles so schrecklich. Ah, ha, ha, ha. Jetzt aber. Ah, nein. Vorsicht. Das ist... Ich hege Diamanten. Und dieses verdammte Skelett hat sich hinter die nächste Ecke verknüpft. Oh, da ist bestimmt irgendwo Lava und dann erschießt es mich. Ah. Puh. Okay. Ich lebe noch. Ich lebe noch. Noch. Jetzt mach ich erstmal mehr Wasser. Wow. Ähm. Oh, Gott. Das war wirklich... schrecklich. Oh, Mann, hey. Das hätte es ja direkt schon werden können. So, ich muss das Wasser. Ich hab... Ich glaub, ich hab noch gar keinen, äh... Oh. Vorsichtig. Ich glaub, ich hab noch gar keinen Eimer. Das ist ein bisschen schade. Aber gut. Kann ja nicht direkt alles haben, nöch. So geht's ja auch. Das war etwas mühsam. Aber gut. Also, was... Ach, jetzt hab ich meine kompletten Steine verworrt, natürlich. Och. Mensch. Ich hör... Da kommt was. Irgendwo. Im Wasser. Hallo. Gibt sich zu erkennen. Schnell. Schnell. Zombie. Ich hör dich. Redstone. Yay. So viel Action. Weiß gar nicht, wo ich zuerst hingucken soll. Vor allem ist da wieder Lava. Oh. Ich brauch Dreck. Ich brauch Dreck. Ich brauch Dreck. So. Oh. Oh, ich hör Skelette. Und... Und hier ist Lava. Und ich weiß ganz genau... Nein. 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 Oh Gott. Ah. Wie ich diese Typen hasse. Stirr. Hopp. Oh. Oh mein Gott. Oh nein. Und überall ist Lava. Und ich hab keinen Eimer. Und überall sind Gegner. Und... Ich brauch jetzt diesen Redstone. Ich bin... Vor allem wegen diesem Redstone hier. Der Redstone. Puh. Oh, da ist mein Haus. Die Sicherheit. Home, sweet home. Oh. Oh. Nein. 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 Schnell. Zu. Äh. Brains. Ja, ja. Ist recht. Aber nicht meins. Heute. Brains. Hä? Hä? Die kommen bestimmt gleich wieder von oben. Ach. Bestimmt. Oh Mann. Da... Nein. Oh. Nö. Oh, was tue ich denn jetzt? Jetzt ist da ein Creeper. Und über mir sind wahrscheinlich Zombies. Der Creeper kommt auch noch runter. Oh, nein. Und dann explodiert er. Und dann ist unter mir Lava. Und dann sterbe ich. Nein. Das darf nicht passieren. Oh. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ah, es ist unter mir Obsidian. Das heißt, ich könnte das Ganze überleben. Ja, in die Lava. Fall in die Lava. Elendes Biest. Na. Nicht ich. Fahr zur Hölle. Boah. Oh mein Gott. Ich muss das Wasser irgendwie... Na. War da was? War da was? War da was? Nein. Oh mein Gott. Ich werde schon paranoid. Ich muss das Wasser irgendwie stoppen. Ich habe wieder... wieder Cobblestone. Ich kann das Wasser stoppen. Wenn ich es nur möchte. Ah. Ah. Ich kann das Wasser stoppen. Nein. Das ist ein Scally. No. Haha. Er ist auch unten. Okay. Er ist auch unten. Er ist auch unten. Ich bin auch unten. Wir sind gewissermaßen beide unten. Fall in die Lava. Verdammter Idiot. Tu es. Tu es schon. Nicht dich in der Ecke verstecken und mich snipern. Ich lasse das Zeug einfach da. Ich weiß, dass das zu holen nichts Gutes bringen würde. Was mache ich denn hier? Was soll denn das da? Oh, da kommt die... Oh. Willkommen in der Hölle. Das habe ich mir hier nur angetan. Geh weg. Ich will nicht mit dir spielen. Ich will nicht, dass du mein neuer Freund wirst. Ich... Ich will das alles nicht. Okay? Ist das okay für dich? Verdammter Wicht. Es kommt direkt als nächstes. Es kommt. Ach nein. Jetzt habe ich auch noch meine Brücke überflutet. Aber das schaffe ich schon. Wo kommt denn dieses verlammte Wasser her? Oh, bestimmt daher, wo gleich drei Millionen Gegner herkommen. Ach. Ach. Oh. Oh. Das ist gut. So. Au. Ähm. Dann kann es ja jetzt losgehen. Das hat mich ja jetzt echt alles in allem fast überfordert. Also, diese Kombination aus unfreundlichen Wichten, die mich töten möchten. Äh. Und Wasser. Was auch so eine Art, äh, Hang dazu hat, scheinbar mich umzubringen. Oder zumindest in Lava zu befördern. Oder ob es jetzt generell die Physik ist, die was gegen mich hat. Das war ja nicht mal Diamant. Das war eine optische Täuschung. Ich wurde getrogen. Oh nein. Ach, jetzt nicht im Ernst. Ach, ich habe mich schon so gefreut. Heute direkt den Diamanten. Dann wäre es direkt losgegangen. In der nächsten Folge. Mit. Haha. Mit den, äh, Maschinengebimmel. Aber gut, äh, dann müssen wir das vertagen. Denn es ist leider schon soweit. Wir sind am Ende der heutigen Folge angekommen. Ähm, und bevor ich jetzt gleich möglicherweise sterbe, verabschiede mich für euch. Äh, für euch, ja. Genau. Ich verabschiede mich von euch. Wünsche euch alles Gute. Einen schönen Tag noch. Und bis zum nächsten Video. Tschöööön